der dax scheint noch immer im pause modus gar nicht so viel zu berichten hier von der seite aus meiner sicht der muss jetzt erstmal was tun aus idealer sicht zumindest mal wäre das ein rücksetzer nämlich dass wir die anstiegsituation die wir hier haben ein bisschen entspannen das war ja sehr heftig ich mache es mal sehr grob jetzt hier aber wir sehen schon dass es nicht so richtig korrektiv aussieht die aufwärtsbewegung viel zu wenig korrekturen viel zu kleine korrekturen viel zu wenig überschneidung wir haben hier so ein bisschen was in der mitte das kann man vielleicht aber auch anders zusammenfassen im sinne einer irgendwie seitwärts korrektur soll uns aber nicht so sehr stören das bild insgesamt nach oben kann man sagen also richtig korrektiv mutet es nicht an dementsprechend wenn jetzt mal endlich der rücksetzer folgt hier ich weiß viele hoffen dass er ausbleibt ich muss sagen ich fände es super wenn er es machen würde nicht weil dann einige wieder ins minus geraten sondern weil wir dann wieder eine entspanntere situation hätten dann werden die nächste charge an käufer auch gerne wieder bereit dann einzusteigen um dann den nächsten schub mitzunehmen stichwort wäre bruch dieser marke aber wer will denn hier offensichtlich jetzt einsteigen ja im moment wohl niemand denn wir sehen dass wir nachdem wir das hoch getoppt haben keiner so richtig willens war hier noch mal was neues zu initiieren der markt eher seitwärts in den letzten tagen also da ist nicht wirklich viel spannung da wie sieht es in amerika aus eigentlich cool und zwar gar nicht mal so sehr negativ ich weiß es mutet ein wenig so an ja aber der markt kommt jetzt gerade runter aber noch ist dieses runterkommen völlig normal noch ist das in einem völlig typischen verlauf stichwort wäre hierzu sowas wie eine flaggenformation sowas in der art das ist nicht gesagt dass der kurs jetzt hier dreht das wäre zu einfach hier zwei linien anzeichnen und oh dann dreht er da das wäre super dann würde ich hier ständig linien hinmalen und den kurs dahin lotsen wo ich ihn haben will das geht natürlich nicht aber wenn wir diesen rücksetzer haben und er dieses hoch hier toppt dann ist es ein zeichen dafür dass das eben wirklich eine korrektur war und wir nach oben uns weiter fortsetzen also noch mal weiter nach oben das einzig traurige das einzig doofe an der geschichte lohnt sich der trade das ist etwas das viele markteilnehmer viel interpretieren sie sagen naja jetzt kann ich ja auf jeden fall einsteigen das muss doch jeder renner werden klar manchmal laufen diese bewegung weit wenn ich hier so eine abc gegenbewegung habe hatte vorher was steiles dann sehen wir das ist nicht nur dieser eins zu eins gewesen sondern es läuft weit aber darauf kann man sich blöderweise nicht verlassen das heißt man muss sich überlegen will man diesen trade trotzdem tun wer also an so einer stelle einsteigt der sollte damit rechnen dass der kurs sicherlich hier drüber läuft aber mit plus ungewissem x wie weit da drüber das wissen wir nicht x ist also für uns unbekannt tendenziell und nachdem der kurs jetzt ja schon sowieso so weit gelaufen ist müssen weil damit rechnen ja von mir aus geht es noch mal weiter hoch aber auch hier sollte der rücksetzer irgendwann mal kommen auch wenn ich da vermute dass der er korrespondieren zu dieser bewegung hier eben ist also nicht ganz so groß wie beim dax wir also hier vielleicht noch im rhythmus etwas anders unterwegs sind als der dax also sprich hier das erst später dann eben kommt das fände ich zumindest mal sehr typisch ob es dann so kommt werden wir dann sehen nicht immer funktioniert es so dass das typische so passiert aber zumindest wäre das eine überlegung die man ja im kopf haben sollte ja dann ist doch alles gesagt können wir doch lang gehen wenn er das hier so einzeichnet nein bitte das nicht tun nicht jetzt pauschal einfach long gehen aber wenn wir hier schon in so einer zone sind in so einem bereich man die einer wird sagen hier guck da haben wir auch noch dieses tief was wir vorher hatten hier diese zwischen hochs hier an der stelle ja das ist schon verlockend dass hier was tut sich tut also dementsprechend hier genauer drauf gucken in dieser phase was müssten wir haben um zu käufern zu werden dann wäre es ideal wenn der kurs hier in diesem bereich den ich gerade gezeigt habe stärke zeigt wirkliche stärke mal so richtig einen schub nach oben so ähnlich wie wir das hier haben und die abwärtsseite eben schwach dann haben wir auch auf der kleinen ebene eine bestätigung da muss man nicht unbedingt darauf warten dann kann man sagen wieso wir haben doch hier genau das gleiche bild nämlich die scharfe aufwärtsbewegung die korrektur und dann kann man doch hier mal darauf davon ausgehen dass wir hier weiter nach oben kommen schick ist es natürlich wenn das ineinander greift das heißt wenn wir so eine bewegung haben und diese hier und wir dann sowieso sagen ja das kommt doch hier hinten dran und dann dieses hoch da drüber liegt das können wir ja ungefähr abschätzen weil die gleiche länge vorne da hinten nochmal ich habe es jetzt etwas falsch gezeichnet aber ihr könnt euch ungefähr ausmalen wenn wir so eine bewegung in etwa haben und wir schon hier erahnen können wenn er das triggert dann kommen wir auch dahin aber wenn wir dahin kommen triggern wir auch das und geht es dann da hoch dann haben wir wieder gute CRVs so das heißt diesen ersten schwung nehmen werden wir wohl abwarten müssen als bestätigung denn einfach jetzt blind links zu kaufen das kann ganz schön gefährlich sein denn wenn der kurs nämlich nur so nach oben kommt auch das ist eine bewegung nach oben aber die ist nun mal eben korrektiv und dann wäre das alles andere als eine einladung für die long seite sondern eher noch da geht doch noch was vielleicht haben wir hier sogar das hier also die erste bewegung dann das muss ja nicht so hässlich aussehen wie das hier dann kriegen wir hier nochmal irgendwie so eine gegenbewegung und dann sind wir sogar auf einmal fünffällig vielleicht sogar überlappungsfrei nach unten unterwegs also ihr seht wie wichtig es ist hier ein auge drauf zu werfen es ist absolut unmöglich auch für uns charttechniker ist das nicht die intention die zukunft vorher zu sehen das können wir natürlich genauso wenig wie alle anderen menschen auch aber wir können erkennen an dieser geschichte ob die bullen mehr bock haben oder die bären mehr bock haben und dementsprechend wer das einigermaßen erkennt da kann er sagen ich stelle mich zu denen die motivierter sind aktuell ja und das wäre dann sozusagen die initiation für einen sinnvollen trade das gleiche haben übrigens auch beim s&p 500 da ist es ähnlich dieses zeichnet sich das ähnlich ab auch hier keine garantie dass der kurs hier dann dreht aber wir sehen schon dass der markt solche marken natürlich nicht ganz ungesehen lässt und jetzt ist die frage kriegen wir das hier korrektiv oder impulsiv bis jetzt ist es noch so ein bisschen unentschieden ist es jetzt eher das was wir hier sehen oder ist es eher das was wir hier sehen ja also der muss noch ein bisschen lasst ihm noch ein bisschen zeit sich dazu entwickeln die letzte bewegung ist ein schub gewesen das was wir jetzt überhaupt nicht brauchen können ist schwäche nach oben schwach nach oben würde bedeuten wieso schub war doch nach unten also da geht noch ein bisschen mehr also dementsprechend das szenario hier noch nicht abschließend geklärt wohin das ganze geht ähnlich beim nasdaq ihr könnt das hier natürlich genauso einzeichnen auch hier und dann habt ihr so eine ganz grobe idee das ist hier nicht ganz so passend hier muss man sich entweder so ein bisschen zurecht biegen es geht auch nicht darum dass es exakt an der marke ist ich mag diese linien sowieso nicht so gerne weil irgendwo muss man das immerhin lügen und wenn ich eh lüge dann kann ich so sein lassen aber es ist eine orientierungshilfe manch einer findet das gut dass man das so noch mal ein bisschen visualisiert das ganze was wir hier jetzt sehen hat korrektur charakter absolut ja eine a b c welle und hätte alle chancen in diese richtung zu gehen super hat aber auch alle chancen in diese richtung zu gehen und dann eben noch eine vierte und noch eine fünfte welle zu bekommen das heißt wir haben an dieser stelle keine sicherheit wir haben eine vermutung eine starke vermutung wenn diese seite sich eben etwas stärker entwickelt und die abwärts seite schwach das könnt ihr in fünf minuten könnt ihr notfalls auch auf einen minuten chart gucken ja dann ist es die aufwärts seite machen wir das gegenbeispiel nochmal wenn er hier aber so nach oben kommt und dann hier die unterseite triggert er dann ist es eher noch kann doch kleiner sein muss jetzt nicht in der größe sein dann ist es eher noch eine fortsetzung das heißt an der stelle genau hingucken diese linien haben also nicht die aufgabe zu zeigen da dreht der kurs sondern die linien haben die aufgabe zu zeigen was machen die da denn das ist etwas wo menschen schwitzige hände kriegen weil jetzt muss ich eine entscheidung fällen wir haben eine unterstützung oder ein trendkanal oder irgendwie eine andere support linie also nicht blindlings davon ausgehen ja da muss er ja da ist eine linie sondern umgekehrt sagen da kann er macht er es auch so ich hoffe dass euch das so ein bisschen weiter bringt mit der geschichte ich weiß genau worauf ich jetzt nachher achte oder in den nächsten stunden achte nämlich ob wir hier steile bewegungen nach oben bekommen und im zweifelsfall guckt es euch auf minute an dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser raus lesen und jetzt die erste frage ist das eine steile bewegung nach oben ja oder nein steil ist möglichst lang und möglichst wenig schwache abwärts bewegung so ein bisschen haben wir das hier solange es so ist wäre das nochmal ein short trigger wenn er dann sowas macht und danach nochmal runter kommt also stark nach oben schwach nach unten dann wäre das die fortsetzung nach oben denkt immer an die fibonaccis also im moment würde ich sagen ein bisschen nach oben kann er ohne weiteres gehen und da wird dann geguckt ob er in diese richtung triggert oder ob er dann korrektiv nach unten kommt dann kann man sagen okay das nimmt man für den nachmittag nochmal mit wir werden da jetzt gleich live drauf gucken natürlich gar keine frage aber für all diejenigen die jetzt nicht live mit uns dabei sein wollen können dürfen die sind natürlich eingeladen selber drauf zu gucken was der markt macht hier ein bisschen da sich die bestätigung zu holen in den nächsten minuten oder stunden oder naja vielen stunden je nachdem frecher zeit eben jeder unterwegs sein wollte in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten beitrag